Wunderschönen guten Morgen und somit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Guten Morgen zusammen. Warum Fokus? Hallo, warum machst du das? Ist gut. Wir sind wieder mal unterwegs mit dem Pedu. Hallo Pedu. Salut. Und wir sind unterwegs auf Luzern. Heute gehen wir auflegen. Mal in andere Locations. Es ist mal kein Club. Es ist ein Shisha-Bar. Und das Wetter ist immer mal top. Gestern noch Sommer. Oder vorgestern. Und jetzt haben wir Winter. Heute hat es in der Schweiz schon geschneit. Ihr könnt einfach nur noch im Strahl kotzen. Und gehen wir mal schauen, wo uns das so hinführt und wie das so wird. Ich bin gespannt, wo ihr mitkommen könnt. Schön seid ihr wieder mal mit dabei. Let's go! Schnell einen kleinen Zwischenstopp in Deitingen. Und wie man weiß, ist Deitingen im Kanton Solodon und da ist Maskenpflicht. Und das habe ich natürlich komplett vergessen. Äh, Dad? Yeah? I think we have the wrong kind of mask. Excuse me. Fuck. Fuck. Wir laden in den Glaufhaben einkaufen, bis wir den Mitarbeiter relativ, äh, freundlich darauf hingewiesen haben. Ah! Live Stopp! Okay. Und jetzt bin ich wieder draus. Pedu in der Maske im Hosen-Sack. Der steht jetzt drin. Und besorgt ihr etwas dazu. Und wir probieren meinen, per Geste zu mitteilen, was er gerne hat. Äh, ja. So von da dazu. Tschüss. Ah, Pedu. Mach auf kleine Mucke. Ja, Sav. Let's go! Was haben wir denn da? Uh, Baby! Bähääh! Uh, bei vorigang gib mir die Hand und Dreh dich im Kreis für den allerletzten Tanz und Bei vorigang, vorigang Druck mich mit dem Arsch noch ein letztes Mal an die Wand, Wand Und all die Bitches winken und tanzen Old G's, über die Riganse, richtig Alpen Und all die Bitches winken und tanzen OGs haben ihre Gunz richtig Alpen Knips die fatteste paar mit mir gerne Bücher Oft haus ich auch so, wie meine Kiris nervt mir früher Immer mit den Hühnern wie ein Kuckuck Beisser wie ein Zückhaus Ich bin jung, bleibe mit meinem Zückhau Dafür, dass wirklich alles offen steht Morgen in der Wohnung, sie mit halbtrocknen Haaren Gelaberle mit alles, ausser vor Wär doch gelacht, würd mir ein Erbau Auf den Kopf käy, das ist für die Family Aus Verkaufs Hübeli Savaschkoppelgurte, Royal Missis G'sig, spürt mich Ich übertreib's auf allen sieben Kontinente Flow, wo jeder Gang gehört, wie ein Kompliment Sing mal ein paar Songs dagegen, das sind Gassenhauer An der After-Hour, ich hab meine Jordans auf dem Boden Also, tanze an den Doofen, zieh dich oben mit mir So, als würde die Flügel uns mal gestohlen Money Bei Vorigang gib mir die Hand und Dreh dich im Kreis für den allerletzten Tanz Und bei Vorigang, Vorigang Druck mich mit dem Arsch noch ein letztes Mal an die Wand Und all die Bitches winken und tanzen Oh geez, heben dir die Gams richtig Alpen Und all die Bitches winken und tanzen Oh geez, heben dir die Gams richtig Alpen So, wir sind angekommen in Luzern, best gesagt im wunderschönen Emmerbrück Es ist kalt wie ein Soll Badu ist am Start Das ist übrigens die wunderschöne Pasha Lounge Shija Bar Das ganze Reisegebäude ist eine sehr grosse Shija Bar Ich zeig euch dann auch noch von denen Moin und let's go Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Ups Nein, ähm Padu bringt mich jetzt hoffentlich sicher hin Glatt und dann mach so Auto so machen, ich mach so Aber... Und ähm Das ist glaub schon gewesen von einem kleinen Vlog Da wir machen Abmoderation Wir fahren jetzt nach Hause, wir reden noch gut Ah, nein, wir reden noch gut, wir reden noch gut 50 Minuten Fahrt Und dann haben wir es geschafft Und wir reden zwei am Morgen Ähm Kassel, ich liebe dich Ha! Geiiiiii So, für alle anderen Ist egal Liebe, ihr geht raus Merci fürs Zuschauen Hashtag MerciGau Und ich hoffe wir sehen uns auch im nächsten Vlog wieder Du willst noch etwas sagen, du hast die abschliessenden Worte Schönen Abend